Womikar in Koblenz? Da gegenüber von der Kirche? Ich, 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 ich geh da auch runter. Was ist denn das, ein Rook? Das sind keine Kisten, oder? Was ist denn das, ein Rook? Alter. Ich krieg den nicht tot. Ich kriege den nicht. Ich kriege den nicht. Alter. Jetzt kommt die Bombe und ich bin tot. Der hat auch denselben Brustharnisch bekommen wie ich. Und hier war noch einer drin. Boah. Ja, da meine ich. Da geht's hin. Ja, ja, da geht's hin. Ey, wie kann man denn so ein Pech haben, dass der denselben Brustharnisch noch findet wie ich? Ich wäre sonst richtig im Vorteil gewesen. Na, immerhin. Aber die R fehlt mir noch. Ich bin auf Kuh gekommen. Ich bin auf Kuh gekommen. Ich bin auf Kuh gekommen. Nein, Alter. Oh, zum Glück hatte ich Ulti. Der Bon ist auch ganz gut. Ja, den kenne ich schon. Den habe ich noch nicht probiert, den kenne ich aber. Ein Kumpel war da. Killing Spree. Er hat mir davon schon mal öfters erzählt. Der war da zwei, dreimal schon gewesen. Ich brauche einen anderen Vendor. Okay, jetzt fallen aber richtig viele Vendors raus. Vielleicht kann ich oben jumpen. Ein Loot in der R habe ich ja gefunden. Da rechts gewesen. Die ist unten. Die ist unten. Aua, Aua. Warum lässt sie mich jetzt in Ruhe und geht hoch? Die war schon Level 50 oder sowas. Warum lässt sie mich jetzt in Ruhe und geht hoch? Die war schon Level 50 oder sowas. Da drüben lag noch was. Reizsattel Hab vor zwei Wochen das erste Mal Smash Brothers gespielt Hut ab, wie du da abgehst Ich hab gar nichts gerafft, Leute Ich? Hasentrank Warte, ich dachte, der geht zum Vendor Ich brauch noch einen anderen Vendor Da oben haben wir noch zwei Ich hab noch 548 Gold Was nicht so geil ist Ja, du, ich spiel Smash Brothers seit Nintendo 64 Zwar immer nur gegen Freunde oder so Also wirklich fast nie online Und auch nicht, ähm, auf Turnieren oder sowas Lol, ich kann ihn paniken Ok Ok New Event Power Killing spree. Was ist da? Oh Gott. Bauer. Alter. Alter. Komm schon. Noch ein Vendor. Hm. Geh noch zum anderen Vendor. Ich hätte noch gerne mehr Hasentränke oder sowas. Irgendwas, was mir was bringt. Amulett der Energie. Die. Die. Der hat alles nicht gemacht. ok auf dem worden raus wartet darauf dass er jumpen kann ja 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 Alter. Sehr schön. Well, GG. GG. Also trete mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Trete, schick den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro...